Chloe, 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 Chloe. Klopfen wir mal Brooke an. Nur mal so. Umso besser. Können wir Zimmer leerräumen? Nein, kurz. Eine SMS von Chloe. Früchte beim Texten. Kein Finger. Hurra, Früchte. Keine Emojis. Max Essen, Two Wheels. Ach, so hier, Entschuldigung. Max Essen, Two Wheels, da will sie sich jetzt treffen. Stand das vorhin eigentlich auch schon da? Ich weiß es nicht. Manchmal übersieht man eben Dinge. Was ist eigentlich hier mit dem Schild? Kann ich da was Neues dran zeichnen? Mal doch wenigstens noch so ein Strichmännchen, ein Smiley oder keine Ahnung. Ach, ich kann nicht mal anklopfen. Vielleicht ist sie ja drin. Neun. Die will schlafen. Tele, was war hier? Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Max neft sich schon jeden am frühen Morgen. Der Hausmeister. Wir reden mal kurz mit dem Hausmeister. Entschuldigung, der Text ist immer noch mit Zeig. Guten Morgen. Die Bärchen floggen rundherum, Samuel. Ah, da ist Samuel, früh früh, bereits mit den Krippen. Hey Samuel, du bist früh früh. Oh, hallo, jung Max. Ich liebe die früh früh. Ich liebe sie. Ich mag das so den Krippen, ich liebe die Räumt und schlafen. Und ich kann auch mit den Krippen Arcadia Bay. Es sind die ganzen coolen Krippen. Wenn die Vörterin die spürls sind, dann immer die Oma wie in der Früh. Ja, ich kann sie hören. Wasll ich? Was hast du gesehen? Keine Geräusche, aber... Ich habe eine Dose gesehen, die mir auf mich sah. Als ob es versucht, zu kommunizieren. Oh, das ist dein Gehirn. Nichts, dass wir da sind, außer dass du dein gesehen hast. Es könnte ein Zeichen über deine Destinie sein. Was weiß ich? Mein Gehirn ist ein Gehirn. So, was hast du gedacht, über das freaks Snow Shower, gestern? Ein weiteres Message von der Erde, um unsere Scheisse zusammenzubringen. Ich werde sagen, dass Samuel nicht so gesehen hat. Ich so nicht, dass ich in den Weg von deinem Morgen Ritual. Bis zum nächsten Mal. Natürlich. So. Football. Das Totem, das lach ich mich auch immer so an. Warren hat gesagt, das Totem ist der Name Tvanga, für einen Grund, den niemand weiß. Ja, irgendjemand muss es ja wissen. Benutzen? Benutzen? Warum wollen wir denn ein Eichhörnchen anloggen? Wird das unser Frühstück? Also das Eichhörnchen. Verdammt, ich habe gerade nicht gelesen, was da stand. Hat sie gerade gesagt, sie bleibt in der Nähe der Bank, oder sie bleibt nicht in der Nähe der Bank? Foto. Bevor es wieder weg ist. Yes! Another Pulitzer for the Portfolio. Hihi. Tagebucheintrag. Tagebucheintrag. Okay, da ist es. Ach ja, genau. Unbekannte Nummer. Wollte ich von schon lesen? Das ist bestimmt Nathan Prescott. Bestimmt. Er will uns bestimmt drohen. Naja. Halt deine große Klappe, oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Na ja, komm doch. Haben wir noch was Neues im Tagebuch? Ja. Ich war aber Seite 21, oder? Hier war ich, ne? Genau. Der Spickzettel ist ja auch nett. Ziel, ich muss den Bus zum Deinen. Jetzt hat sich extra ein Spickzettel gemacht, was ich sonst wahrscheinlich vergessen hätte. Naja. 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf. Auch wenn das noch keiner weiß. Nach den Erhüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben, neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackville, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren, aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungslos als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornadovision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Glaube ich auch. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familie treffen zurück. Ich liebe dieses Buch und musste es mir selbst kaufen. Natürlich stürmte Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf dem Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein. Aber es ist eher wie Battle Royale. Nur ohne Dystopie und explodierenden Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Das Mysterium vertieft sich und es gibt kein Entkommen. Nachdem ich Victoria und Taylor auf Kate rumhackten hörte, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist so gestört. Der Gedanke, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren ist echt übel. Ich musste besser auf mich aufpassen. Ein Überwachungssystem scheint mir jetzt wenig abwegig. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan. Ich musste echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen. Also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut. Aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus. Schaulisien unten. Die totale Emo-Goss-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goss. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Kate gestand, dass mit mir wohl mehr geschehen war, als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Brescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte und sie glaubte, er hat ihr etwas angetan. Aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen sollte. Ich kam mir super mies vor, aber ich sagte Kate, sie solle keinem was sagen, bis sie Beweise hat, dass die Drogen verabreicht wurden. Das Video hilft ihr kein Stück und das konnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Preskits an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drogen. Sie mochte meine Antwort nicht. Sie traut mir die Ermittlungen wohl nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue, außer mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Kate schmisst mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo, Helden des Alltags? Vielleicht weißt du doch die falsche Antwort, ich weiß nicht. Ah, hier. Ich glaube, da ist doch das nächste Foto. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte... Zur Polizei gehen hätte jetzt ja nun wirklich nichts gebracht. Wegen den Preskits. Die Preskits. Oh, eine Akte. Hä? Hä? Ich kann sehen, dass Samuel sich interessiert, aber... Ist er ein Poster? Aha. Wie hat Samuel Fotos von Rachel gepostet? Aha. Hm. Das wird ja immer mysteriöser. Hier hat doch jeder Fotos von Rachel. Hä? Wieso kam denn gerade das Zeichen da oben? Wollte ich zurückdrehen? Warum? Halt! Nein! Hauf! Nein! Das Foto habe ich jetzt aber trotzdem, oder? Ich wollte... Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ja. Moment, Moment. Moment, Moment. Ich will das... Ich will das... Ich will das... Ich will das... Eigentlich könnte ich ja nicht sein Frühstück berauben. Muss ich ihm jetzt nochmal geben. Okay. Aber er hat sein Frühstück bekommen. Hm. Hä? Was war denn jetzt das Zeichen da oben? War das vielleicht... Nein. Hm. Ich bin gerade ein bisschen... Verwirrt. Hör doch mal auf damit. Ach. Was machst du denn? Na ja. Das hier war es also. Okay. Gut. Heißt das, ich habe da oben schon wieder was vergessen? Ich hoffe nicht. Ist aber auch... Oh, eine Axt. Hä? Okay. Mich würde gerade mal kurz was anderes interessieren. So wird gespielt. Ja. Meine Kraft. Andere Kram. Ich dachte hier ist vielleicht dieses komische Zeichen was eben oben... wenn die in der Ecke eingeblendet gewesen ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau was es war. Ja. Hat er schick gemacht. Taylor Swift. Ich glaube nicht, ich habe eigentlich auch Taylor alleine gesehen ohne Team Victoria. Hi Taylor. Hi Taylor. Hi Taylor. Nur weil du dich mit Victoria bist, bedeutet das nicht, dass ich dich mit dir bin. Sie hat es erzählt? Hm. Ich will nicht mit dir kämpfen, oder mit Victoria. Ich will nicht mit dir kämpfen, oder mit Victoria. Instead of smack-talk, lass uns einfach mal sprechen. Für einmal. Du bist lustig. Ja. Ich mache jetzt nichts nichts nicht. Also sprach. Ja, wir fangen jetzt mit Victoria an. Ja, wir fangen jetzt mit Victoria an. Ich weiß hier nicht. Ich glaube ich habe auch einen wunderschönen, wunderschönen Freundinnen gehabt. Das ist besser als wunderschönen, wunderschönen Eltern. Ich würde es lieben, wenn meine Mutter etwas wunderschönen oder wunderschönen, anstatt als krank. Aber egal. Wir haben unsere Gespräche gehabt. Ah, ja genau. Es war zum zurückspulen. Hä? Warum hätte ich denn da hinten zurückspulen sollen? Ich wüsste gerne noch, was die zur Kids, wie du sagt. Deine Mutter. Ah ja, ok. Ok. Ich habe gehört, dass deine Mutter sick. Ich bin sehr entschuldig. Was, was hat mit ihr passiert? Na, wenn du es interessiert. Meine Mutter hatte eine Begründung. Victoria war da für mich. Wie du für Kate. Ich mache mich nicht, Max. Ich weiß. Deswegen wollte ich sprechen. Ich bin glücklich, dass wir das gemacht haben. Hallo, Taylor. Hey. Das war keine schlechte Gespräche. Wir machen es wieder. Bis hier hinten? Ja, ja, ok. Bis dann. Da war doch auch das Zeichen mit dem zurückdrehen. Ich habe doch bloß kurz die Akten angesehen. Was hätte das denn jetzt geändert? Hat vielleicht Samuel gesehen, dass ich da reingegangen bin und rumgeschnüffelt hat? Hm. Ne, oder? Ich weiß nicht. Verdammt. Ich behalte dich im Auge, Samuel. Worauf kannst du dich verlassen? So, also mit dem Bus zum Deiner. Oh, schon wieder. Der nervte Typ. Dies ist nächstes Vater. Denn diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch meinen Sohn zu diffamieren oder zu erpressen rechtliche Ausgänge haben wird. Du bist nicht die erste Schule in Blackwoods, die erste Sohn. Aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als höfliche Warnung. Als letzte übliche Warnung. Der scheint ja genauso ein Idiot zu sein oder was. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Haben die Prescotts ein dunkles Geheimnis. Ja, was gibt? Naja, auf dich hat er gewartet. Für eine Anruhe? Ich meine, ich habe bereits den Anruhe. Insofern. Ich wollte ein Rappen über den Aktionen gestern. Ja, ich dachte, dass wir gut sind. By the way. Danke für dich in. Du war ein ziemlich schlechtes Geheimnis, Warnung. Ich lege dich. Oh, ja, du lege. Ich wurde auf meine Auge durch diesen Dicken. Ich bin ein persönlicher Super-Hero. Du war ein echtes Geheimnis. Du kamst auf eine Bully und es war großartig. Es war großartig. Even wenn du mich mit dem Bully mit dem Bully und ran mit dem Frau, sie ist ziemlich punk-rock. Wie du sie kennst? Ich bin ein Pirat. Ein altes Freund. Chloe Price. Wir haben uns nicht gesehen in einem Zeitpunkt. Ich betrachte, dass du sie glücklichst, dass du siehst, wie ein Rockstar ist. Das begs die Frage, warum ist Nathan Prescott ein Psycho auf dich? Ja. Natürlich wäre es schon besser, wenn er sich raushält. Ne? Man scheint ja wirklich sehr gefährlich zu sein. Jetzt kriegt man ja sogar schon von seinem Papi Drohnachrichten. Robin damit reinzuziehen wäre sicherlich nicht so toll. Aber jede Hilfe wäre uns auch recht. Hm. Ich habe ihn gestern in dem Kühlschrank mit einem Schraub. Ich werde dir später die Geschichte geben. Prinz Welles hat ihn jetzt geholfen. Ich hoffe. Du bist verdammt weich. Wie dieser bizarren Schneefall gestern? Sprengend von Dystopia, dieser Fahrzeug hat einen 70er Planet-of-Apes-Marathon. Los geht's, Ape! Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese oldschool Ape-Filme. Das war leichter, als ich dachte. Cool. Ich werde dir die Info telefonieren. Hä? Hab ich nicht gerade gesagt, ich gehe mit ihm im Kino? Und zu sehen. Guardre ihn rein! Könnten ihr es auf dieser Seite beide? Wocado весrauschen. W おおお $! Ich hoffe, dass du... Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich auf den Film konzentrieren kann. Ich fühle mich einfach aus. Alles klar. Sei ein verdammter Mensch. Nein, natürlich gehen wir mit ihm ins Kino. Ja, wir haben uns doch noch gar nicht gesehen, ne? Lauren, was... Wow. Du bist ein... Auch wenn du... Ein alter... Ich hoffe, dass du... Es ist ja auch schon interess... Es ist ja auch... Es ist ja auch schon interessant zu sehen, die unterschiedlichen Antworten, die die Leute hier so geben. Ja, das ist genau... Wow, das war... Bis dann, Lauren. Bis dann... Den Bus nehmen. Den Bus nehmen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.